Das ist eine Kani! Kani ist das! Nein! So! Wie ist sie? Wie ist sie? Wie ist sie? Ja, schieß es aus. Dann hab ich sie hinter mir. Jetzt alle angesehen! Ich bin überhaupt nicht mehr. Toller! Wo ist die? Ja, das ist toll. Jetzt sind wir mal ein bisschen Curling machen. Ja, nicht lösen. Ja, ich bin ein Kauzi. Grüß! 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 ia Ja, super! Ja, super! Genau auch so, gell? Aufdreiß, wirst du los! Ich hätte gern zu uns mit dir! Schön, du! Oh, Beinkreid! Scheider! Schau mal! Oh, oh! Oh, es ist noch einer! Also, wenn ich einen Lammarsch gesagt habe, schau ihr Scheiderer hier! Keiner geht rein! Was ist denn los? Nein, nein, nein! Der Franz hat ja alles reingekaut! Warum? Das ist schon schön, oder? Aber wir haben ein Schädel, 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 ja! Da muss die Gäste gleich rüberklingen, gell! Ein Schädel, ein Schädel! Ja, kein Schäden! Wie soll ich da schießen? Schüri, ein Schädel! Einfach in der Mitte her! Ja, einfach in der Mitte her! Jetzt weiß ich, dann wird es schwer bleiben da draußen! Ist das auch gemein? Ja, da war ja gemein! Ah, da geht es überall! Da hat er noch gestern! Ein Schädel, oder? Ja! 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 Wie webpage, Das war jetzt gut. Du wirst nur warten, gehst weg. Gehst weg. Sag ihm Bernhard, eher aufmachen als wie immer fein gehen. Wo ist sie denn da, die Kleine da? Mal schauen, was das für eine Kleine ist, von woher. Ah, super! Unser Wichtiger, ja! Albert! Wie fäng ich aus? Jawohl! Super! So! Wer geht von uns? Gehen wir? Biene, raus in die Mieten und sonst magst du auf. Entweder kommst du durch und dann magst du auf. Schauen wir mal raus. Bravo! Ja! Super! Ja, Biene! Schlapp doch mal! Wahnsinn! Kick, komm! Schlapp! 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 So unter uns gesagt, dass wir es bis dahin heißen. Schau mal leise aus, oder? Jetzt zuhört. Ah! Super! Wieder nix. Inge! Ja, ja, ja! Tschüss! Tschüss, alles nicht! Ich mach's schon, das ist ein Häuschen. Ja, das ist ein Häuschen. Jetzt werden sie zuerst beessen, oder was? Ein Sekunde zu. Heut, Heut, voll dumm. Ihr Freunde? Ah, gut, ganz genau. Ja, genau. Weit über zwei Millimeter. Ich weiß gar nicht, wo ich hinwoll. Nein, mit noch eine Woche. Nein, mit noch eine Woche. Oh, nicht! Ich triff zwei nicht, warum ich zackst. Hohl rein! Hohle! Ja, ich weiß. Du! Was will denn das Bier sein? Sagen wir noch, dass er eine Fule ist! Schau mich auf, Harry! Mach auf, du, Harry! Mach die Hälfte! Schau mal! Schau mal! So, wer hat da noch gesagt? Nicht was umtrunken! Jetzt kann ich keinen geschenk! Schau mal! Jetzt bin ich in den Rosen! Ja, ja, ja! Das ist eine Zocke, danke! Ja, ja, gut! Doch, das ist er! Alter, fängst du bei den Erschens! Wann ist er zu sehen? Ach Gott, ja, ja! Ich bin da gleich... Wie ist er für die ühского... Ja! Ja, das ist so klar, oder was? Ja, ja... Vielen Dank! Guten Abend! Hochen Sie bei den Erschensprachen! Da gibt's eine Brummelsuppe! Das ist der Beersaddel, weil es gut ist. Tief, 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 tief. Tief, tief, tief. Tief, 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 tief. Was ist schon wieder? Was ist schon wieder? Wart du? Tief, tief, tief. Tief, tief, tief. Tief, tief. Tief, tief. Tief, tief. Wieso bist du nicht hier? Jawohl! Genau in der Mitte im Ruhrhause. Da war ja voll in der Ruhrhause. Dein ist nix. Die braun. Bing. Bing. Schauen wir, dass die Baule auffallen. Wenn du aus den ersten nicht triffst. Wenn du aus den ersten nicht triffst. Du haut! Naja. Siehst du die Schale? Oh meinst du noch? Das ist ja weh. Wir haben gar nicht zu viel Steck verstanden. Warte, geh! 16. Das gibt's nicht. Steck haben wir noch. Komm, wir haben gar nicht zu viel Steck verstanden. Jetzt gehen wir schnell auf, aber wann? Das schießt. Oh mein Dumm ist. Die Nerven. Bleib mal gefährlich. Schau. Die zugst du halt auch. Du bist mit dem Mann, wenn du dumm wärst. Keine Trauung. Warum haben sie die Großpantle? Wir haben nicht was gefeiert. Ich bin im ersten Fall eingeschaut. Das war nie leer. Aufgemacht hat er. Ja, jetzt ist er oben. Ja, schon. Jetzt gehen wir durch. Jetzt gehst du auch wieder los. Auch wieder getrennt. Ja, dann hält man es. Protoziert die Kraft. Ruhig ist worden. Ruhig ist worden. Da ist keiner mehr hier. Mößen. 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 Du tätst Mößen. Nichts? Mit seinen Händen oben. Der Tieren sollte weg werden. Der Tieren sollte weg werden. Tieren muss nicht. Bitt ich euch schon vorher aussehen. Wir schießen die Parameter aus. Der Tor ist der Tinker sein. Hinten selber, gell, kein Mann. Ich muss wohl wieder anfahren, wenn ich gut stehe. Wenn ich nicht anfahren habe, ist das klein der Weg da raus. Das ist eine, was ich gar alle bemäßig weiß, gell, gell. So ein Schmuck. Du wirst noch Fußball als Eintag. Jo! Das nehmen Sie mehr mehr. Du musst in der Kroger früher vom Fußball als Eintag hießen dürfen. Ach so, und jetzt ist es auf die A, genau. Da wird ein paar Pamm gehen, gell. Und ich mache das mit Taktik. Ich habe ein Haufen an meinen Heimathaus. Ich finde ich gut aus. Jetzt geht es um das bittere Ende. Die Entscheidung. Die zwei letzten Schuss noch für den Kroger. Ich freue mich, dass du nicht schärft aufzeigst. Nein, das ist falsch. Ja, das ist falsch. Schiessen aus einmal. Falsch geht es sich noch einmal aus. Geht sich schon aus. Jetzt wird noch feier aus. Die können jetzt, ich glaube, ein paar Staukarab. Einfach mit Wohlfellers gehen. Das wird nicht so gut gehört. Jetzt leid mich nicht wieder. Ja, ja, ja. Wir haben so eine Strahle. Oh, der kann jetzt nicht sein. Nichts hat er da. Schau, Scheiß. Oh, der ist so gut. Oh, der ist so gut. Oh, der ist so richtig. Jetzt hat er da was. Jetzt hat er da was. Jetzt hat er da was. Jetzt ist er. 16 Schuss. Ja, bitte. Jetzt ist er. Das bleibt ein böser Schiesser. Das ist ein Spalier. Wir machen jetzt ein Spalier für die. Das ist ein neuer Schiesser. 15. Wir machen jetzt ein Spalier. Das muss man machen. 13. Ich traue euch nicht. Wir filmen. Ich kriege auch sonst alle Zustände. Zustände auch noch drauf. So einen Umstand kriegst du Zustände. 14. 40 Stück. Was sollt die? Dein der Wiesn. Rehautag. Flut rauf. Mit den Einen ausräumen. Aber ich will nicht sagen, 40 Stück kriegst du. Oh, angeschissen. Das ist guter Gurt. Und noch einmal. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Aber ich trage jetzt trotzdem nicht. Immer musst du's aus der Scheiße ziehen. Ja, ja. Jetzt ist der zeigende Schuss und ihr Schuss. Das war's. Ja, aber du hast ja auch ein kleines Recht, dass die Konstellation kommt. Zeitzschuss. 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 Ach, 14 seins. 19, nein. Jetzt fällt einer. Ich meine, hier die Schuss machen. Ja, ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Die Oren haben wir gerade noch. Nein. Seizein. Das war's. 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 11,9. Nein. Man spielt nur die Kina rein. Ja, ist toll. Na gut. Na ja. Schön durch den Kackerdorf. Essen haben wir 3.0 gewungen. Auf der schönen Nature-Eisbahn. Am Badesee. Und das Getränk 2 zu 1, herrliches Wetter, Flussgrad hat es, wie gesagt, 20. Dezember 2013, äh, 20. Januar. Okay, gehen wir essen dann. Okay, das war's. Okay, das war's. Super.